2022 war kein gutes Jahr für Aktien, aber es war definitiv ein katastrophales Jahr für Anleihen. Heißt das jetzt mit Blick auf das neue Jahr, dass man sich vielleicht mal näher bei den Festverzinslichen umsehen sollte? Oder bleibt man doch lieber bei den Unternehmensbeteiligungen? Schauen wir es uns an. Herzlich Willkommen! Wir sind beim dritten Teil meiner Reihe angelangt zum Thema, in was soll ich 2023 investieren? A oder B? Und wir hatten uns ja schon mit Blue Chips und Small Caps auseinandergesetzt und ich habe mal das Thema Gold oder Goldminen oder überhaupt Metalle diskutiert. Und heute soll es also um das Thema Aktien gehen oder Anleihen. Ja, das ist ja so ein ewiges Thema. Es gibt Freunde von dem einen und Freunde von dem anderen. Jeder hat eigentlich seine guten Argumente. Und was aber definitiv zu sagen ist, ist, dass das Jahr 2022 für beide ziemlich mies war. Es gibt ja dieses 60-40-Prinzip, nach dem man anlegen kann, also 60% in Aktien, 40% in Anleihen. Und nach dem aktuellen Stand, und wir sind ja kurz vorm Jahresende, haben wir hier eines der schlechtesten, schwärzesten Jahre überhaupt, was wir hier abschließen werden. Gemessen halt an US-Aktien, also S&P 500 und langlaufenden US-Anleihen, 10-Jährige. Und so schlecht wie dieses Jahr war es eigentlich zuletzt erst in den 1930ern und das waren jetzt wirklich wilde Zeiten. Und die Frage ist halt jetzt, okay, was bedeutet das oder hat das überhaupt irgendeine Bedeutung für die nächsten Jahre? Ist die Ausgangslage jetzt besonders toll oder besonders schlecht? Wie sieht es denn genauer aus? Grundsätzlich ist erstmal zu sagen, dass die Aktie natürlich das performance-stärkere Asset ist. Also im Durchschnitt seit den letzten knapp 100 Jahren hat man mit Aktien rund 10% Total Return erzielt, mit Anleihen nur ungefähr die Hälfte. Und dann würde man sagen, okay, also geht doch kein Weg an der Aktie vorbei. Ja, das stimmt, aber das sieht man vielleicht an der grünen Kurve auch ganz gut. Und die Anleihen sind deutlich weniger volatil, das heißt, sie können jetzt große Rückgänge bei den Aktien gut abfangen. Deswegen dieses 60-40-Prinzip. Okay, wenn wir uns das jetzt mal angucken, hier sind erstmal die Jahres-Performances der Aktien, also hier S&P 500. Und kann man da irgendwas aus einem ziemlich schwachen Jahr, wie es dieses 1 wird, kann man da irgendwas daraus ableiten? Und die Antwort ist, naja, vielleicht. Also eine durchschnittliche, wenn Aktien deutlich fallen, ist das normalerweise ja so, dass wir eine Krise in der Weltwirtschaft haben. So jetzt eine normale Krise, also eine bessere Rezession, dauert in der Regel etwas länger als ein Jahr. Also zwischen ein und drei Jahren. Und entsprechend ist es auch am Aktienmarkt so, dass wenn es mal nach unten geht, dass es meistens nicht nur mit einem Rückgang getan ist, sondern dass die Rückgänge auch etwas länger sind. Letzte Krise hat man zum Beispiel gesehen, 2000 bis 2003. Gut, 2008 hat sich die ganze Korrektur dann hauptsächlich auf 2008 beschränkt. Aber wenn man sich das Ganze mal insgesamt anguckt und sagt, okay, wie hoch ist denn die Rendite, die man erzielt, wenn das Vorjahr ein mieses gewesen ist, also wo es 10% nach unten gegangen ist. Jetzt Beispiel S&P 500. Und dann ist das nächste Jahr eher ein unterdurchschnittliches. Das gibt natürlich, wir haben natürlich eine hohe Spannweite. Das ist jetzt nur so eine Tendenz. Also auch positiver Ertrag, ja, aber heißt jetzt nicht automatisch, dass man für das nächste Jahr unbedingt jetzt All-In gehen müsste. Soweit zum Thema Aktien. Wie sieht es denn bei den Staatsanleihen aus? Da ist es ja wirklich selten, dass man mal ein Jahr hat, wo man hier negative Erträge einfährt. Wenngleich es auch doch immer wieder vorkommt. Also jetzt gerade in den letzten Jahrzehnten sind die Anleihen noch etwas volatiler geworden. Und da ist aber jetzt ganz interessant zu sehen, wenn wir jetzt hier sogar zwei Jahre, wo es noch unten gegangen ist und gerade in diesem Jahr nochmal stärker, davor in den Jahrzehnten war es immer so, dass ein Jahr, wo es mal bergab gegangen war, war eigentlich eine tolle Einstiegschance. Also die Jahre danach ging es meistens, haben wir tolle Performances gesehen. Also eventuell hier jetzt in dem Sinne wirklich eine gute Chance. Gucken wir es uns mal nach Daten an. Und es ist tatsächlich so, wenn also Anleihen in einem Jahr mehr als 5% abgegeben haben, dass man hier im nächsten Jahr ging es in, glaube ich, glaube sogar in allen Fällen, im nächsten Jahr nach oben. Man hat eine tolle Rendite erzielt und man hat ja sogar das weniger volatile Asset-Klasse. Also jetzt mal so rein statistisch spricht das durchaus für einen zweiten Blick auf die Anleihen. Jetzt gucken wir mal ein bisschen näher rein. Das hängt natürlich ja irgendwo vom Makro-Umfeld ab. Und zwei Sachen sind mir da besonders aufgefallen. Das erste ist, wenn wir Krisen haben am Aktienmarkt, habe ich hier mal die letzten Krisen alle aufgelistet. Die letzte war zum Beispiel 2020, also Corona-Crash. Und in der Regel ist es so, dass die Aktien dann deutlich mieser abschneiden als die Anleihen. Meistens geht es eben gerade damit einher, dass irgendwann die Zinsen wieder gesenkt werden und dann das Anleihen davon profitieren. Und in dieser Krise ist es aber so, dass die Anleihen sich tatsächlich zumindest mal genauso schlecht entwickelt haben wie Aktien. Und das wäre sehr ungewöhnlich. Also wenn es hierbei enden würde, bei diesem Gesamtergebnis, dann wäre dieser Fall anders als eigentlich alle Krisen, die wir vorher gesehen haben. Bedeutet also, entweder müssten sich die Anleihen hier nochmal deutlich erholen oder aber es geht mit Aktien nochmal deutlich weiter bergab. Oder beides. Es gibt natürlich immer so, dass es einmal das erste Mal ist. Von daher gucken wir nochmal ganz konkret auf die aktuelle Situation an der Zinsfront. Und hier habe ich Ihnen mal die Fed-Futures-Curve mitgebracht. Also wie der Markt erwartet, dass die Fed ihren Leitzins in den USA in den nächsten Monaten denn so nach oben oder nach unten treiben wird. Und es wird aktuell erwartet, dass irgendwann im Frühjahr wir die Spitze bei den Zinsen sehen. Also dass die Fed jetzt noch ein bisschen erhöht. Und dann aber irgendwann mit den Zinsen wieder deutlich runter muss. Wahrscheinlich, weil man die Wirtschaft zu sehr abgewirkt hat. Und wenn man hier mit den Zinsen runter muss, die die Fed hat, bedeutet das vielleicht ja auch, dass die langjährigen Zinsen auch mit runter gehen. Und das wäre wieder besonders gut für die Anleihen. Ja, ist das so? Gucken wir uns das hier mal an. Ich habe Ihnen hier mal den Leitzins, also in gelb, und die zehnjährigen Staatsanleihen mitgebracht. Und da sieht man, dass es den Zusammenhang tatsächlich gibt. Also wenn die Fed ihre Zinsen senkt, dann gehen typischerweise auch die zehnjährigen Staatsanleihen runter. Und das ziemlich konsistent. Und auch jetzt zuletzt, als wir es so gesehen haben, die Fed senkt die Zinsen und die Anleihen gehen runter. Wird es diesmal wieder so sein? Na, garantieren kann ich Ihnen natürlich nichts. Aber wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass die Fed irgendwann hoch ihre Zinsen dann wieder runternehmen muss, dann dürften auch die zehnjährigen ihren Gipfel überwunden haben, wenn sie es nicht sowieso schon haben. Bedeutet also, in der Konsequenz, wenn wir mal alles zusammennehmen, ich bin für das nächste Jahr durchaus optimistisch, was die Anleihen angeht. Wir haben jetzt eine Vielzahl an Betrachtungen darüber angestellt. Die sehen alle eigentlich recht günstig aus. Und ich erwarte ja ein schwieriges Jahr insgesamt für Aktien. Aber der Anleihenmarkt, der könnte da ein guter Ort sein, wo man zumindest einen guten Teil seines Geldes vielleicht gut parken kann. Soviel zu diesem Duell. Nächste Woche gucken wir uns dann noch ein Duell mehr auf der Aktienseite an. Nämlich sollte man eher in Value-Titel investieren oder in Wachstumsaktien. Zusätzlich dann übrigens auch meine Jahresfavoriten, meine persönlichen für das Jahr 2023. Wenn Sie möchten, schalten Sie wieder ein. Und ansonsten wünsche ich Ihnen fröhliche, besinnliche und erholsame Feiertage. Vielen Dank.